Ich habe jetzt seit drei Wochen nicht mehr gesnipert. Oh Gott, ich kann, ich kenne das Spiel gar nicht mehr. Oh Gott, ich kenne mich gar nicht mehr aus. Gegner? Ach, das war ja ein Gegner. Boah, hey, ich kenne das Spiel nicht mehr. Ich hätte ja auch, ich könnte ja auch irgendwie, weiß ich nicht, Chinesisch sprechen jetzt die ganze Zeit. Ni hao, Tzatziki. Die Waffe hängt mir so in der Fresse rum, ich sehe gar nicht Gegner. Weil ich glaube, ich kann nicht mehr snipern. Kann nicht mehr snipern. Nicht mehr. Ich habe, glaube ich, keine Kraft mehr für sowas. Ist das aus mit dem Angry Sniper? Wow, ich will nur ein Zeichen. Na gut, noch eins. Ja gut, eins noch. Oh yeah, ich kann es noch. Ah, this one. Ah.